Wer immer ich bin, will sich nie zu lange von dem hier entfernen. Oder ein Abo, ist noch viel schöner, freut uns noch mehr. Vielen Dank nochmal für die nette Unterstützung, die ihr immer so leistet, auch mit den Kommentaren. Ja. Baby, ich habe mich auch gleich zerlegt hier. Das war sehr klug von mir. Okay. Komm her, komm her, komm her. Komm zu Papa. Komm zu Papa. So, dann laufen wir hier mal rum. Genau. Sehr schön. Das macht dann auch schon wieder ein bisschen mehr Bock hier. Level. Da. Uh. Muss ich da nicht rein? Ich gehe mal da rein. Der Kristall-Neck. Wow. Cool. Kristall-Neck holt sich erstmal seine Belohnung. Seht ihr mich? Ich bin der Kristall-Neck. Neck. Neck of Egg. Wenn ich jetzt hier einmal den normalen Neck mache. Oh. 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 Neck of Egg Boy ist so klein. Neck of Egg is in the house is in the house. Oh. Oh. Was war das denn? Die ist wieder zurückgekommen. Das ist ja mal eine ganz fiese Aktion oder was? Oh. Nö. Da war ich doch gerade eben. Schön um die Ecke geklatscht. So. Einmal hier rumgewurschtelt. und da wieder rein wir holen uns noch mal wieder die sonnensteune schon fast drei ringe hier gleich kaum ein mit dir sie so cool aus wenn er einem entgegen läuft okie dokie kommt der necky boy oh das hat nicht so viel gebracht ok jetzt müssen wir schlau vorgehen versuchen wir es mal ja sehr schön so viele sicherheit ich bin sehr gespannt gar nicht gesehen wie soll ich denn hier hoch ah shit ok ok komm geh da rein nein ach man das war eine fiese falle war das nun geh doch da rein nun geh da rein ja genau ja wunderbar hä was machst du denn da geht die nicht auf nee leider nicht kann ich hier auch noch hoch nee da kann ich nicht hoch ok zurück mit dir ok hier muss ich jetzt runter hier muss ich jetzt komm ich da nicht hoch wauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauwauw Komm, geh da doch rein. Rein mit dir. Das ist jetzt wirklich fair. Okay, okay. Okay, Boyd. Nochmal das Ganze. So. Das ist doch richtig fies, dass man das ganze Stück normal spielen muss. Oh, oh, oh. Ich kann da immer so schlecht vorher reingucken. Die kommen nicht näher. Ja, sehr schön. So. Ja, so wird da ein Schuh draus. Oh, 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 oh. Nein. Ist das fies. Och, nö. Das ganze Stück noch mal. Ich weiß nicht, das ist jetzt mal anders. Nee, das geht nicht. Oh, ist das eine fiese Aktion. Ich muss also definitiv da links hoch. rein, den Schalter umlegen. Okay. Dann hier wieder rum. Ja, genau, um die Anlage auszustellen. So. Jetzt muss ich hier vorsichtig... Jetzt warte ich, bis die gleich herkommen. Klatsch die um. Genau. Komm her, hier. Komm her, hier. Ja. Das war der richtige Moment. Nein! Ach, wieso hast du dich denn nicht verwandelt? Och, Mensch. Och, Mensch. Komm, rein da mit dir. Schlag rein da das Loch. Jetzt sollten wir das aber eigentlich hinkriegen. Okay. Tut, 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 tut. Na, hatte ich doch noch mal getroffen, die Sacknaht. Okay. So, komm her, hier. Ja, vielleicht beide auf einen Schlag klatscht. Nein, was machst du denn? Du sollst dich verwandeln. Du sollst dich verwandeln. Was macht der denn? Gucken, was der jetzt macht. Ne, der schießt noch nicht. Schieße. Der schießt erst... Oh, mein Powerstreifen ist so klein. Ach, Mann. Okay. Wow. Wow, 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 wow. Wow, das ist knapp gewesen. Das war richtig knapp. Äh. Ich brauch... Genau. Ich wollte die Sonnensteine noch mitnehmen. Genau. Na, der Level ist weiter. Du gib mir die Steine her. Ach, sauber. Sieht aus, als benutzt er die Riesenrelikte in einer Art Motor. Das ist ein Motor für ein Schwebeauto in tausendfacher Größe. Der da reicht für ein Flugzeug von drei Kilometern Länge. Mal sehen, was wir hier noch finden können. Hoffentlich nicht mehr ganz zu viel. Achso. Dort, 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 dort. Oh, Baby. Oh, krass, wie der sich dreht. Voll der super Psycho-Robot. Ja, komm her. Wenn du dich erst einmal gedreht hast, klatsch dich rum. Okay, let's rock. Sehr schön. Und die Stäbe nach unten, bitte. Nicht wieder irgendwo gleich eine fiese Falle hier. Mit irgendwelchen Laserstreinen. Okay. Jawohl. Ah, das hat noch nicht gelangt. Ja. Schnell weg. So. Okay. Sehr schön. Die nehmen wir noch mit. Hallo. Was sollst du die Sonnensteine mitnehmen? Genau. Und hier nehmen wir auch nochmal rein. Was passiert jetzt? Ach, nö. Ach, nö. Na gut. Pass auf, nö. Jo, das war im richtigen Moment. Hä? Die darf ich nicht berühren? Was ist das denn für ein Quatsch? Was ist das denn für ein Blödsinn? Okay. Dann rühre ich die halt nicht. Ja. Okay. Okay. Okidoki. Boxen, die ich nicht berühren darf. Das ist ja auch lustig. Ja, sauber. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich dafür jetzt den Kristallneck brauche, aber wenn die mich einmal treffen, dann bin ich weg vom Fenster. Aber anders würde ich es, glaube ich, nicht hinkriegen. Jawoll. Jetzt kommen wieder diese tollen Plattformen hier. Da haben wir nachher auf jeden Fall noch mehr von. Oh, guckt euch mal den kleinen Powerstreifen da oben links an. Und das ist ja ein Witz. Das ist ja niedlich. Guck mal, was das für ein putziges Gärchen ist. Ist das denn nicht ein putziges Gärchen? Oh, die da da rein. Jo. Oh, crazy town. Oh. Das war's für heute.